Möchtest du wirklich tanzen? Also, ich hab ein Tanzlied mitgebracht. Zuerst komm ich, dann kommt der Tanz. Ich hab einen großen Bruder und in seinem Computer. Ich hab's nicht geglaubt, da sind Bernhard Fiebig-Diener drin. Deshalb hab ich ihn gefragt, ob er mir die geben mag. Aber ja, sagt er ganz leicht, warte kurz, das mach ich gleich. So, jetzt geht's los. Kudel, Mudel und Gesprudel, was ist das für ein Gegudel? Linker Arm und rechter Arm, jetzt fängt es richtig an. Achtung, ein Schritt nach vor, ein Schritt zurück. Die Knie beugen, alles wippt. Die Finger zeigen so hinein, genau so muss das sein. So, zeig mit. Mein Bruder, tippseln einmal hier, so tippseln. Mein Bruder, tippseln einmal dort, so tippseln. Das würd' ich auch gern, denk ich mir. Doch ich bin still und sag kein Wort. Genau. Mein Bruder kann verstehen, die Sachen, die am Bildschirm steht. Zeig so. Dann sagt er, gut, okay, fertig, die CD. Single. Kudel, Mudel. Ich schwör mich im Zimmer ein. Jetzt darf niemand herein und ich tanze ganz allein vor dem Spiegel, das ist fein. In der Hand hab ich schon ein altes Mikrofon und ich denk mir, das wär schön, auf einer richtigen Bühne stehen. Jetzt noch, kudeln, kudeln und gestudeln, was ist das für eine Kudelkunde? Auf, rechter, auf, jetzt fängt es richtig an. Ein Schritt nach vor, ein Schritt zurück, die Knie beugen, alles wird, die Hände zurück. Kudeln, kudeln und gestudeln, was ist das für eine Kudelkunde? Linker Arm und rechter Arm, jetzt fängt es richtig an. Ein Schritt nach vor, ein Schritt zurück, die Knie beugen, alles wird, die Finger zeigen so hinein, genau so. Ein Schritt nach vor.